Die GDI hat wie vorgesehen reagiert. Ihre Maßnahmen haben ihre Truppen aufgeschreckt. Nun ist es an der Zeit, ihren Glauben noch etwas mehr zu erschüttern. Im Namen von Cain, versteht sich. Das ist Tratos. Er ist ein Mutant und unser Feind. Tratos ist das einzige Wesen außer mir selbst, das den Tacitus entschlüsseln kann. Tötet ihn. Er ist eine Bedrohung für die Bruderschaft und für das Andenken Cains. Verstärkung ist eingetroffen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Command & Conquer der Beurian Sun. Feuersturm mit mir, dem Retro Gamer. Wir befinden uns in der dritten Mission der Nordkampagne. Speichern erstmal ab. Und dann schauen wir mal. Tratos letzter Kampf. So, wir haben hier sechs Haftdrohnen. Okay, das war also auch nicht geplant. So, wir haben also in jedem Malwurf oder Untergrund-BMT-Ingenieur. Ein paar Zyborgs und Raketentruppler. Okay. Dann machen wir hier mal die Raketentruppe auf eins. Die machen wir fünf Stück mal da hin. Fünf Zyborgs da rein. So, der Rest geht noch da. Die können ich auch gerade einmal hier um... Die werden ja hier auch anlocken. So, wir sehen. Halt! Fahrzeugkontrolle! Okay, in Ordnung. Liste Fahrt! Erobern Sie sechs Kraftwerke, um den Feuersturm-Generator zu deaktivieren. Einheit bereit, positiv. Verbindung steht. Ja, warten wir erst noch. Wird verarbeitet. Zu befehlen. Positiv. Positiv. Verstärkung ist eingetroffen. Halt! Fahrzeugkontrolle! Das Ding ist verwandt! Zerstören! Schnell! Okay. Okay. So, wir haben schon den Feuersturm-Generator. Sir! Verledigt! Befehl! Okay, erst mal das Ganze noch einmal. Halt! Fahrzeugkontrolle! Okay! In Ordnung! Gute Fahrt! Wir haben gesehen, dass die Drohne sich automatisch tarnt, sobald sie sich runter setzt. So, schnell! Herr, stimmt! Herr, stimmt! Halt! Fahrzeugkontrolle! Okay! In Ordnung! Gute Fahrt! Erobern Sie sechs Kraftwerke, um den Feuersturm-Generator zu deaktivieren. Tja, stimmt! In Ordnung, Sir! Wird erledigt! Wie, das Ding hat sogar zerlegt. So, dann gucken wir jetzt mal, was kann er jetzt so aufdecken. Okay, jetzt steht er da und wo fährt er jetzt hin? Okay, jetzt verlässt er das Einsatzgebiet wieder. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Wird erledigt. Ja, Sir. Wird erledigt. Jawohl, Sir. Einheit verlorent. Das lief jetzt doch nicht ganz so ab, wie ich es geplant hatte. Einheit verloren. Ich glaube, da müssen wir mal neu starten. So, die Drohnen gehen mal alle nach da. Ja, hier. Ja, hier. Ja, Sir. Einheit bereit. Einheit bereit. Ja, und vorhanden. Halt. Fahrzeugkontrolle. Ja, in Ordnung. Gute Fahr. gut, wert. Unter male. Es geht auch so. Halt, Fahrzeugkontrolle, okay, in Ordnung, gute Fahrt, Einleit bereit, Einleit bereit. Damit die Wasserzeugung wieder her... Dann kommen wir wieder weg... Erobern Sie sechs Kraftwerke, um den Feuersturm-Generator zu dehnen. So, machen wir den neuen Platt... Einheit verloren. So... Geht jetzt mal hier hoch... So... Hier geht man nach da... So, hier geht jetzt mal alle nach da... Und ich denke, dann speichere ich schon mal ab, soweit ich jetzt schon mal bin... So, die lade ich schon mal ein... Und du kommst jetzt mal mit und der Kunde ist hier... So... 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 So, dann müssen wir die mal austauschen. Bereit zum Einsatz! Erwarte Anweisung! Bereit zum Einsatz! Bereit zum Einsatz! Ja, Sir! Sir! Erwarte Anweisung! Erwarte Anweisung! Kein Problem! Erwarte Anweisung! Erwarte Kraftwerke, um den Feuerstromgenerator zu deaktivieren. Bereit zum Einsatz! Okay. Jetzt muss ich den also doch anlocken. Bereit zum Einsatz! Bereit zum Einsatz! Ja, Sir! Verstärkung ist eingetroffen. Okay, das war jetzt so nicht ganz geplant. Ja, Sir! Motorhandel! Ja, Sir! Ja, Sir! Einheit bereit! Bereit zum Einsatz! Ja, Sir! Motorhandel! Cyborg zur Stelle! Bereit zum Einsatz! Einheit verloren! Einheit verloren! Ja, Sir! Ja, hier! Ja, Sir! Ja, Sir! Nehmen Sie sechs Kraftwerke, um den Feuerstromgenerator zu deaktivieren! Ingenieur meldet sich! Kein Problem! Gebäude erobert! Gebäude erobert! Ingenieur meldet sich! Ingenieur meldet sich! Wird gebaut! Hauen wir jetzt mal erst mal zwei Titanen! Du holst den noch! Einheit bereit! Einheit bereit! Gebäude erobert! Ja, hier! Einheit bereit! Okay, dann habe ich einen Ingenieur! Jawohl, Sir! Ja, Sir! Einheit bereit! Sir! Ja! Einheit bereit! Sir! Ja, Sir! Und Gas! Ja, Sir! Ja, Sir! In Ordnung, Sir! Befehl Input! Verbindung steht! Verbindung steht! Bereit zum Einsatz! Cyborg zur Stelle! Sir! Ja, hier! Ja! In Ordnung, Sir! Ja, bereit, Sir! Ja, hier! Ja! Gehen wir mit ihm die dritte! So! Wir speichern mal wieder! Ja! I suppose... Sind wir mit ihm die dritte? Haww! Das Ond So, da ist auf jeden Fall so klar. Okay, einen können wir noch. Wir brauchen Silos. Einheit bereit. Ja, hier. Ja, hier. Motor an. Ja, hier. So, ich glaube... Ich gehe jetzt mal beide nach da. Einheit bereit greift an, Sir. Ja, Sir. Einheit bereit. Ja, Sir. Motor an. Cyborg zur Stelle. Was denn? Erobern Sie sechs Kraftwerke, um den Feuersturmgenerator zu deaktivieren. Verstärkung ist eingetroffen. Wir brauchen Silos. Da sollst du dich platzieren und dann gucken wir gleich mal, was der LKW uns anzeigt. Sehr schön. Da ist der Bauhof. Noch ein Turm. Okay, du machst da die Runde. Ja. Erobern Sie sechs Kraftwerke, um den Feuersturmgenerator zu deaktivieren. Wir brauchen Silos. Nein, nicht triggern hier. Und Gas. Eins. Öffn erledigt. Eins. Eins. Öffn erledigt. Öffn erledigt. Ja. Ja. In Ordnung, Sir. Verbindung steht. Nein, nein. Nein, nein. Bleibt an. Würze arbeitet. So gesehen. Würze arbeitet positiv. Nein, nein. Bleibt an. Sir? Ja, ihr? Ja, ihr? Motor an. Nein, nein. Erobern Sie sechs Kraftwerke, um den Feuersturmgenerator zu deaktivieren. Ja, halt hier. Ingenieur meldet sich. Tätig. Gebäude erobert. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Ja. Und Gas. Und Gas. Wir brauchen Silos. Erledigt. Erwarte Anweisung. Kein Problem. Einheit bereit. Cyborg zur Stelle. In Ordnung, Sir. In Ordnung, Sir. Das ist erledigt. Ja, Sir. Erwarte Anweisung. Stetigt. 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 Kein Problem. Kein Problem. Stetigt. So, der kommt von oben herangefahren. Stetigt. 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 Verstärkung ist eingetroffen. Neue Baumöglichkeiten. Wird gebaut. Ja, hier? Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. Wird hergestellt. Ja, Sir. Einheit bereit. Ja, Sir. Einheit bereit. Einheit bereit. Erobern Sie sechs Kraftwerke, um den Feuersturm Generator zu deaktivieren. Schade. Ganz knapp verfasst. Einheit bereit. Wird gebaut. Einheit bereit. Gebäude erobert. Einheit bereit. Zu wenig Energie. Ingenieur meldet sein Problem. Wird gebaut. Gebäude erobert. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Einheit bereit. Einheit bereit. Ja, hier? Sir? Ja, hier? Einheit bereit. Wird gebaut. Einheit bereit. Dann schießen wir jetzt halt ab. Einheit bereit. Einheit bereit. Cyborg zu stellen. Cyborg schnell laufen. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Dann räumen wir jetzt mal den APG-Werfer. Sechs Kraftwerke um den Feuersturm-Generator zu deaktivieren. Wird gebaut. Einheit bereit. 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 So, noch ein Ingenieur. Einheit bereit. Einheit bereit. Gebäude erobert. Okay. So. Ja. In Ordnung, Sir, Bindung steht. Bereit zum Einsatz, wird erledigt. Geht ihr doch mal nach da. Ja. Ja, Sir. Du machst da in die Richtung mal was. Erobern Sie sechs Kraftwerke, um den Feuersturm-Generator zu deaktivieren. In Ordnung, Sir. Cyborg zur Stelle, Cyborg zur Stelle. Verstärkung ist eingetroffen. Ja. Da kommen ja zwei Menschis an, ne? Die Sensor-Einheiten wurden zerstört. Sensoren deaktiviert. Cyborg zur Stelle. Ja, hier. Wird gebaut. Rotor an, die Sie befehlen. Verstärkung ist eingetroffen. Ja, hier. Einheit bereit. Ja. Hier geht's weiter. Ja, hier. Motor an. Motor an. Ja, hier. Ein, Sir. Easy befehlen, Motor an. Motor an. Ja, hier. Ja, Sir. Ja, Sir. so wird hier gestellt ingenieur einheit bereit röckel repariert erobern sie sechs kraftwerke um den feuersturmgenerator zu deaktivieren wird gebaut einheit bereit einheit bereit einheit bereit einheit bereit einheit 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 wenn euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen hoch da vergesst nicht meinen kanal zu abonnieren um auch zukünftig keine weiteren videos mehr zu verpassen und aktiviert das Klöckchen. Vielen Dank, ciao, bis zum nächsten Mal.